So, willkommen bei ZuckTubeTV. Heute die erste Folge von FSX, wo ich auch richtig spreche. Wir fliegen heute mit der EasyJet-Maschine hier von Berlin, Tegel nach Leipzig Halle. Ja, und ich würde sagen, wir fangen dann gleich mal an, indem wir uns vom nicht vorhandenen Pushback-Fahrzeug pushbacken lassen. Auch noch so zu der ganzen FSX-Sache. Da werde ich auf jeden Fall auch noch viel, was Mods angeht, machen. Ich habe jetzt echt noch nicht viel. Also ich habe diese Adstock-Kamera, damit es so wackelt und man so verschiedene Kamerasichten hat, die man sonst nicht hat. Ähm, und halt noch so ein paar Wetter und, ähm, oh, was ist das? Okay. Wetter-Add-Ons und sowas. Was macht das da? Ähm, ja, so ein paar Wetter-Add-Ons und so, aber halt noch nichts Besonderes. Aber bald habe ich eine neue Grafikkarte und Arbeitsspeichern an sich rüste ich auf und dann werde ich auf jeden Fall auch nochmal von der Grafik her ziemlich viel machen. Aber ich finde das Flugzeug an sich sieht jetzt schon richtig gut aus, aber, ähm, die Szenerie leider nicht. Ähm, schauen wir mal. Okay. Ich sehe hier den Funk. Von dem Boden erstmal rein kriegen. Achtung in den Norden. Oh fuck, ich habe den Ausdruck an den Ausdruck geöffnet. So, GPS. Vorstück geenden. Taktbremse. Ähm. Taktbremse. Wollfrei-Gabe bestätigen. Genau, ähm, was ich mir auf jeden Fall noch holen werde, ist die Vollversion von GSX. Ähm, GSX ist, macht so bessere Fahrzeuge und realistischere, äh, ähm, One-Ray-Fahrzeuge, also auf dem Flughafen die Fahrzeuge und alles. Ich bin jetzt hier mal ganz casual und lasse mir die den Weg mit diesen Pfeilen anzeigen. Weil das macht dann durch diesen Mod so ein einzelnes Fahrzeug und das ist halt um einiges cooler als irgendwie hier so eine Pfeillinie. So. Lande scheinen aus. Stroke an. Und. Okay. Ich glaub, die Schalter scheinen hier umgekehrt zu sein. Oder? Seltsam. Okay, Landung nicht. Haben wir hier irgendwo... Ah, hier Taxi. Okay, gut. K beers. I feel like I fought all my life for this. This one part, this one third, I fought always miss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020